In diesem Video geht es um die besten TV-Wandhalterungen. Der Qualitätssieger in unserem TV-Wandhalterung-Test geht an die Riku TV-Wandhalterung. Um den perfekten Betrachtungswinkel zu erreichen, kann die Wandhalterung um plus minus 15 Grad geneigt werden. Für eine hervorragende Sicht auf den Bildschirm kann der Wandhalter bis zu plus minus 90 Grad geschwenkt werden. Bei TVs mit maximal 80 cm Breite. Um den Bildschirm auch nach der Montage waagerecht auszurichten, kann die Frontplatte dieser Halterung um plus minus 6 Grad gedreht werden. Mit einfachen Handgriffen kann der Wandabstand zwischen 115 bis 522 mm eingestellt werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Amazon Basics TV-Wandhalterung. Mit der vollbeweglichen TV-Wandhalterung mit Doppelarm von Amazon Basics können sie ein dynamisches Entertainment-Erlebnis genießen. Dieses platzsparende Design bietet eine minimalistische, unaufdringliche Optik und ist gleichzeitig robust und langlebig. Ob zur Verbesserung ihrer Heimkinoanlage oder zum Aufstellen von Bildschirmen in Geschäfts- oder öffentlichen Räumen, die Doppelarmhalterung lässt sie den Bildschirm im idealen Blickwinkel ausrichten. Er lässt sich um 6 bis 10 Grad neigen und um 180 Grad von rechts nach links drehen. Die Wandhalterung von Amazon Basics verfügt über eine schlanke, aber stabile industrielle Konstruktion und ermöglicht das Anbringen eines Flachbildfernsehers, ohne dass Hardware und Kabeln offen liegen. Die TV-Halterung aus Stahl kombiniert ein ausgereiftes Design mit Funktionalität, auf die Sie vertrauen können. Genießen Sie Filmabende mit Freunden und Familie im eigenen Zuhause oder verwenden Sie die Halterung in einem Büro oder Restaurant, um Werbung, Sportveranstaltungen, Speisekarten und mehr zu zeigen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem TV-Wandhalterung-Test ist der Hama Fix Strong. Die TV-Wandhalterung Fix Strong ist aus Stahl und hat eine maximale Traglast von 100 Kilogramm. Sie hängt fest und unbeweglich an der Wand. Im Gegensatz zu beweglichen Halterungen sind die Hebel- und Zugkräfte hier geringer. Der Fernseher kann sehr nah an der Wand befestigt werden, dadurch lassen sich statische Probleme vermeiden. Die ultraflache Wandhalterung ist mit einem Abstand von nur 26 mm zur Wand nahezu unsichtbar. Durch das extrem flache Profil des Halters können Sie Ihren Flachbildschirm platzsparend und unauffällig im Raum positionieren und Ihre Wohnung modern einrichten. Dieser TV-Wandhalter fügt sich nahtlos in Ihren modernen Einrichtungsstil ein. Die schwarzen Metallstreben verschwinden dezent hinter Ihrem Fernseher und halten ihn stabil an der Wand. So können sich Ihre Gäste und Sie selbst ganz auf den Filmabend konzentrieren. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.